Wenn die Felder sich gelben und die Körner reifen, haben die Hamster viel zu tun mit der Ernte. Jeder einzelne schleppt, falls er es vermag, bis zu einem Zentner an Körnern in seinen Bau Leinknoten, große Puffbohnen und Erbsen. Man hat beobachtet, dass die alten Rammler, die Zeit genug haben, das Getreide auszulesen, es viel sorgfältiger aufschichten als die Hamsterweibchen. Er biegt mit den Vorderpfoten die hohen Halme um, schneidet mit einem Biss die Ähre ab, fasst sie mit den Pfoten, dreht sie ein paar Mal hin und her und hat sie nun nicht bloß entkörnt, sondern die Körner auch gleich in den Backentaschen geborgen. So werden sie gefüllt bis zum Übermaß. Manchmal schleppt einer bis zu 50 Gramm Körner in einem Gange nach Hause. Man kann sie mit den Händen ohne Furcht anfassen, denn die gefüllten Backentaschen hindern sie am Weißen. In manchen Gegenden zieht der Mensch regelrecht gegen den Hamster zu Felde. In Thüringen zum Beispiel gibt es Leute, die sich ein Geschäft daraus machen, dieses eigentümliche Wild auszugraben und umzubringen. Auch die Fälle werden benutzt, denn nach allen Erfahrungen ergeben sie ein ganz vorzügliches, leichtes und dauerhaftes Pelzwerk. In einigen Gegenden wird das Fleisch der Hamster gegessen. Und es ist auch wirklich nicht der geringste Grund vorhanden, gegen solche Nahrung etwas einzuwenden, denn das Fleisch ist jedenfalls ebenfalls so gut wie das des Eichhörnchens oder anderer Nager, deren Wildbret man mit Behagen verzehrt. Und dann noch einiges. Und dann noch einiges. Und dann noch einiges. Vielen Dank.